Eleni erfährt von Christoph bei Sturm der Liebe die Wahrheit, möchte ihm zunächst aber kein Wort glauben. Stattdessen fragt sie ihre Mutter danach, was tatsächlich stimmt. Alexandra möchte nicht zugeben, dass Christoph recht hat und verstrickt sich weiter in Lügen. Das fällt Eleni jedoch auf, die nun auch Markus mit ihrem Wissen konfrontiert und darauf eine krasse Antwort erhält. Zur selben Zeit versucht Erik fieberhaft Yvonne aus Krügers Schusslinie zu bekommen. Er bittet Christoph, seinem Handlanger beizubringen, dass Yvonne tabu ist. Allerdings hört Krüger nicht auf seinen Arbeitgeber. Plötzlich erreicht Erik ein Angebot, das ihm Christophs Detektiv komplett vom Hals schaffen könnte. Ob er darauf eingeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15.10 Uhr in der ARD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017